...von Ausgang bei der ersten und bei der zweiten Räufung hier. Wir haben heute mal ein Fakt gelernt durch einen Kontakt mit dem Kotti-Capt. Sie kamen zum Kotti-Capt als Arsch vor seiner Räufung stand und wir gemeinsam eine Demo in Vorbereitung der dritten Räufung von Arsch, der ja auch hier ist, heute gestartet haben. Und ich habe die Anekdote nur gehört, aber sie sollen im Kopf sein und geweiht haben. Und Frauen, ach, was ich dann, habe ich eben, so wie er gesagt hat, sie wird aufgerollt und sie bringt sich um, und sie ist um Frauen und Frauen und Frauen, was ich dann so gesagt habe, sie wird nicht unniederbar machen. Und so ein Schild, weil es steht so ein bisschen, auch für die Kraft, die ist wahrscheinlich noch nicht, und weil das, also nur viele Leute, und wie man sie da nicht sehen, auch bekommen hat, ist immer noch ein bisschen schockt, weil ich so dachte, die letzten Tage haben wir gemeinsam über diese Schilderäufe aus dem Begleitungsjahr hier in den Faktoren verloren. Also, ich kam dann, unser Fünftes, was ja wichtig ist, und wahrscheinlich auch ein bisschen viele Gruppen, auch auf den Tieraufgaben zu sein, die waren dann auch bei der Rundfunker 1 schon dabei, das heißt, sie muss da auch, was passiert wird, und dann wird sie da gekriegt, weil, wie ich gehört habe, hat es bei dieser Polizei die Anrufe, oder nicht korrigiert, dass sie lieber die Hütte dazu machen wollen, dass sie dann trotzdem die Hütte aufmachen, wird es friedlich, dass sie sich da auch machen, wird es friedlich, dass sie sich da auch machen. Applaus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.